So, wie sieht's aus? So, hier liegen noch die Verletzten. Jaha. So. Die erste Gruppe kann schon mal weg. Die zweite Gruppe. Der zweite Helikopter kann schon mal aufgeladen werden. So, lande bitte. Habe verstanden. Höre. Schon unterwegs. Nun, verarzt bitte erstmal die Person da. Oh, wie geht's der Person? Ja. Person geht's noch nicht so gut, dass sie abtransportiert werden kann. Aber ich bin guter Hoffnung. Ja, wird gemacht. So, die dürfen jetzt auch bitte ins Lager. Bin unterwegs. Ja? Okay. Okay. So, Helikopter. Bin unterwegs. Over and out. Ähm. Okay. Over and out. Ja. Gut, dass wir drüber gesprochen haben. Ja. Wird umgehend durchgeführt. Roger. Ja. Ja. Schon unterwegs. So, landen bitte. Beziehungsweise abladen. Und dann haben wir nämlich schon mal wieder ein wenig Zeit gewonnen. die wir jetzt sinnvoll nutzen können, indem wir jetzt die nächste Person aufladen können. Los geht's. Was gibt's? Wird umgehend durchgeführt. Achtung. Einsatzkrank am Boden. Okay. Höre. Ist in Arbeit. Achtung. Einsatzkraft am Boden. Wen unterwegs ist. Mhm. Was gibt's? Zu Befehl. Komm, komm. Jawoll. So, das heißt, das ist jetzt eine Sache, die wir jetzt hier unten machen können. Höre. Wird umgehend durchgeführt. Auf dem Weg. Ja. So. Ey. Einsteigen. Gut. Hat doch geklappt. So. Das heißt, den Rest übernehmen wir jetzt. Was gibt's? Jawohl. So. Okay. Over and out. Den Rest machen wir nämlich jetzt hier. Wir haben alle vermissen Opfer gefunden. Gut gemacht. Ja. Wird gemacht. Wir sind jetzt nur noch im Rettungseinsatz. Hoffe ich. Okay. Was gibt's? So. Okay. Was gibt's? So. Aber einen schicke ich nochmal hin. Das war hier, ist nämlich noch eine Person. Okay. Die holen wir dann hier direkt ab. Was gibt's? Und schicken sie ins Basislager. Over and out. Aber bis jetzt sieht die Bilanz gar nicht mal schlecht aus. Hm? Bis jetzt. Höre. Sofort. Schon unterwegs. So. Und dann fliegen wir direkt weiter. Und holen den nächsten. Oh. Muss natürlich die Winde erst wieder hochgefahren werden. So. 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 Heli. Bitte zum Landeplatz zurück. Was gibt's? Auf dem Weg. So. Wie geht's dem? Ja. Dem geht's noch nicht so gut. Und wir haben jetzt hier nur noch Rettungseinsatz. relativ wenig zu tun. Ne? Was gibt's? Ja. So. Komm. Das geht direkt weiter. Und dann nehmen wir nämlich ihn jetzt auf. Und fliegen mit ihm jetzt nach Hause. So. So. Komm. So. 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 Was gibt's? Ist denn Arbeit? Auf dem Weg. So. Einsteigen bitte. Einsteigen. Alles einsteigen. Türen öffnen selbstständig. Oder so. So. Dann lande bitte. In der Zwischenzeit ist er nämlich fertig. Ist denn Arbeit? Ist denn Arbeit? Ja. Los geht's. Schon unterwegs. Und mit ihm fliegen wir jetzt nochmal einen kurzen Einsatz, um diese Person da zu werken. In der Hoffnung, dass sie es noch geschafft hat. Los geht's. Was habt ihr gemacht? Der Notarzt konnte das Opfer nicht wiederbeleben. Es ist gestorben. Höre. Wird ausgeführt. Bin unterwegs. Was gibt's? Auf dem Weg. So. Das heißt. Dann können wir jetzt... Höchste Eile ist geboten. Die Zeit wird knapp. Schnell. Okay. Over and out. Sie sollten die Menschen hier abtransportieren. Höre. Jawohl. Brüsten Sie Polizisten mit Megafonen aus. Führen Sie die Menschen ins Basislager und lassen Sie sie dann per Rechtsklick in die Großraumtransportfahrzeuge einsteigen. Höre. Okay. Was gibt's? Okay. Was gibt's? Okay. Was gibt's? Okay. Was gibt's? Ja, wird gemacht. Auf dem Weg. Ja, schon unterwegs. So. Und das sollte es jetzt dann auch gewesen sein. Sofort. Höre. Ist in Arbeit. Ja, auf dem Weg. Das sieht... Der Notarzt konnte das Opfer nicht wiederbeleben. Es ist gestorben. Das ist kein Problem. Es sieht jetzt ziemlich gut aus. Gut. Eine Einsatzkraft ist leider verstorben. 28 von 45. So. So. Okay. Was gibt's? Ja. Roger. Aber in den bitte einsteigen. Was gibt's? Ja. Was gibt's? In Ordnung. Bin unterwegs. Ja? Okay. Steigt bitte da ein. Damit wir los können. Hm? Oh. Wir haben alle vermissten Opfer gefunden. Es dürfen jetzt alle Personen und Opfer abtransportiert werden. Wir haben keine Verletzten mehr. Gott sei Dank. So. Ich will jetzt ein positives Ergebnis sehen. Sonst werde ich mich ein wenig ausflippen. Hm. 39 und... Und... Das war okay. Perfekt. Ich hätte aber noch besser laufen können. Ach. Äh. Mi, mi, mi. Hol den Stuller. So. Das sieht doch schon mal ein bisserl besser aus. So. Hui. Ein Flugzeug. Ja. Ein Flugzeug. Ähm. Das sieht aus, als wenn's gleich nach unten geht. Scheiße. Scheiße. Ein großes Passagierflugzeug ist in eine massive Unwetterfront geraten. Wurde von Hagel getroffen und ist über dem Roten Platz in Moskau abgestürzt. Es gibt viele Opfer. Brände sind ausgebrochen. Okay. Aber den Roten Platz, den... Das kleine Intro-Video dazu hat... Sehen wir uns jetzt auch noch an. Mit der Auffahrt der Fahrzeuge. So. In diesem Einsatz stehen Ihnen neue Fahrzeuge zur Verfügung. Mit dem Löschpanzer können Sie nah an besonders heiße Brände herankommen. Andere Löschfahrzeuge könnten dabei beschädigt werden. Und mit dem Intensivtransportwagen können Sie mehrere verletzte Opfer gleichzeitig aus dem Einsatzgebiet abtransportieren. So. Aber an dieser Stelle bedanke ich mich recht herzlich fürs Zusehen. Wünsche euch noch weiterhin viel Spaß mit den Videos von vtwss.de. Und wenn's euch gefallen hat, lasst mir ein Like da. Ansonsten schreibt bitte in die Kommentare rein, was ich hätte besser machen können. In diesem Sinne sage ich jetzt einfach bis zur nächsten Folge und tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.